Da kommt einer nicht mit dem Glück seiner Ex klar. Nachdem bekannt wurde, dass Kylie Jenner 20, Keeping Up With The Kardashians, schwanger ist, reagierte ihr verflossener, Teige, 27, auf seinem Snapchat-Account mit einem ziemlich fiesen Post. Der Rapper teilte die Nachricht und ein Bild des Models und schrieb, verflucht nein, das ist mein Kind. Dahinter setzte es noch vier Teufel-Emojis.Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Offenbar gönnt er Jenner und ihrem Lover, dem Rapper Travis Scott 25, das Babyglück ganz und gar nicht. Nur wenig später löschte er seinen Post wieder und behauptet mittlerweile, dass das alles ein Fake sei. In jedem Fall scheint der Stachel tief zu sitzen, schließlich waren Jenner und er einige Zeit liiert und trennten sich erst Anfang des Jahres. Kurz darauf, im April, wurde Jenner bereits auf Dates mit Travis Scott gesichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017